Hallo zusammen, in diesem Kapitel werden wir uns mit der Bruchmechanik befassen und versuchen zu verstehen, wie es bei Werkstoffen zum Bruch kommen kann. Wenn wir zum Beispiel an diesen Kristall ziehen, dehnen sich die Feder oder die Atombindungen. Nach und nach steigt bei mehreren davon das Risiko eines Bruch und schlussendlich ist es möglich, dass alle Atombindungen einer Ebene brechen. Wenn dies eintritt, haben wir zwei Teile statt nur eines Teils. Zum Einstieg berechnen wir die Bruchenergie, die wir aus dem vorherigen Modell kennen, Federn, um zu prüfen, ob dies übereinstimmt mit den Werkstoffen, die wir kennen. Wir stellen eine erste Hypothese auf. Wir haben einen perfekten elastischen Werkstoff, der sich nicht plastisch verformt. Weiter nehmen wir einen makellosen Werkstoff an. In diesem Fall können wir die Bindungskraft zwischen den Atomen in Bezug auf die Entfernung zwischen den Atomen einzeichnen. Wir werden die Kraft so ausrichten, dass die Entziehung nach oben zeigt und die Abstoßung nach unten. Bei sehr geringen Entfernungen tritt eine Abstoßung auf. Wenn die Entfernung größer wird, tritt zunächst eine Anziehung auf und anschließend tendiert die Kraft gegen 0. Die Kraft ist beim Atomabstand gleich 0. Wir nennen sie A0. Wir nehmen auch an, dass die Funktion der Kraft mit der Entfernung Sinusforming ist, mit einer Periode Lambda und einem Maximum Sigma Max. Es handelt sich um eine Kraft geteilt durch einen Querschnitt, also die Spannung, die benötigt wird, um den Bruch des Werkstoffwerks zu füllen. Nun werden wir unsere Sinusfunktion definieren, damit sie bei A0 gleich 0 ist und bei A0 plus Lambda ebenfalls gleich 0 ist. Dies funktioniert, wenn wir Sinus Pi mal A minus A0 dividiert von Lambda verwenden. Nun wollen wir Sigma Max in Bezug auf die Eigenschaften des Werkstoffs, den wir vielleicht schon kennen, finden. Wir schreiben die Kraftfunktion Sigma Max mal Sinus usw. von vorhin, damit die Amplitude Sigma Max erreichen kann. Wir benutzen die Steigung bei A0 und wissen, dass diese mit Jung'schen Modul in Verbindung steht. Damit es wirklich kohärent ist, müssen wir die Entfernung in eine Verformung umformen. Dazu wechseln wir eine Variable aus. Wir haben A in Epsilon, Verformung, umgewandelt und nun gilt dA dividiert von A gleich dy Epsilon. So können wir die Steigung A0 der Kraftfunktion berechnen. Wir verwenden dazu die Ableitung. Wenn wir einen Sinus ableiten, erhalten wir ein Cosinus. Wir nennen diese Steigung E. Wir haben also den Wert von E mal Cos wie vorhin. Wir dürfen aber die innere Ableitung Pi dividiert von Lambda nicht vergessen. Wenn wir den Wert bei A0 oder Epsilon gleich zu Null verwenden, erhalten wir die folgende Formel. Wir haben also eine Beziehung zwischen Sigma Max und einer Werkstoffeigenschaft, dem Jung'schen Modul, gefunden. Haben aber immer nur ein Problem, da wir Lambda nicht kennen. Wir werden deshalb annehmen das Lambda gleich zu A0 dividiert von 2. Dies ist nicht total falsch, denn die Kraft wird bei Übergang von einem zum anderen Atom abnehmen. Dadurch finden wir eine neue Form von Sigma Max, die gleich E dividiert von Pi ist. Wenn wir eine bessere Funktion verwenden würden, um die Kraft in Funktion der Entfernung anzunähern, würden wir E dividiert von 10 finden. Dies ist die Spannung, die überschritten werden müsste, um einen Bruch des Werkstoffes zu bewirken. Wenn diese Berechnung E dividiert von Rm für Stahl durchgeführt wird, erhalten wir jedoch Tausend, was weit entfernt von Faktor 10 von vorhin ist. Wir müssen uns an die Hypothesen unserer Berechnung erinnern. Wir haben angenommen, dass der Werkstoff nicht plastisch verformbar ist, d.h. dass er rein elastisch bleibt, was für Stahl nicht der Fall ist. Wir haben zudem angenommen, dass der Werkstoff keine Fehler ausweist, also keine Versetzungen oder Ausscheidungen. Doch es ist sehr schwierig, einen Werkstoff ohne Fehler zu haben, sogar in Kristallen, sobald diese ein gewisses Volumen aufweisen. Wir können davon ableiten, dass das Verhaltnis E dividiert von Rm gleich 10 nur dann korrekt ist, wenn es sich um nicht plastische verformbare Werkstoffe handelt, wie Keramikwerkstoffe, die perfekt sind und ein kleines Volumen haben, z.B. kleine Keramik-Einkristalle in Faserform, wie auf diesem Bild. In diesem Fall handelt es sich um Aluminiumoxid-Kristall, d.h. Aluminiumoxid, die zur Verstärkung eines Kompositwerkstoffes verwendet wurden. Wir sehen, dass der Durchmesser dieser Phasen in der Großordnung von Mikrometern ist. Es handelt sich also wirklich um sehr kleine Volumen. Dadurch wird verhindert, dass im Werkstoff Fehler auftreten. Vielleicht wurde der richtige Festungswert nicht gefunden, weil von fehlerfreien Werkstoffen ausgehängt werden würde. Alle Werkstoffe enthalten nämlich Fehler. Wenn wir hier hineinzoomen, können wir eine lange 2a und eine breite 2b definieren. Wir stellen uns nun die Frage, wie dieser Fehler die Spannung Sigma, die auf das Teil wirkt, konzentrieren würde. An der Spitze des Fällers erreichen wir eine maximale Spannung, denn dort fällt es an Materie und der Feder wird die Kraft nicht zurückhalten, wodurch eine Akkumulation der Spannung auftrifft. Sigma Max kann in Funktion von A und B oder auch in Funktion des Krümungsradius, ρ, geschrieben werden. In diesem Fall haben wir Sigma Max gleich 2 Sigma mal die Wurzel von A dividet von ρ. Wir werden versuchen, diesen Wert numerisch zu beurteilen, indem wir davon ausgehen, dass der Krümungsradius etwas mit dem Atomschaftsstand, der die Untergrenze für ρ bildet, gemeinsam hat. Wir nehmen an, dass ρ gleich zu 1 Nanometer ist. Wir nehmen weiter an, dass die halbe Länge des Risses 1 mm entspricht. Wir können nun Sigma Max in Funktion von Sigma berechnen. Der erhaltene Verstärkungsfaktor ist gleich 2000. Wir können nun erklären, dass die Atome brennen und Bindungen unter dem Einfluss einer Belastung aufbrechen, selbst wenn diese nicht so groß ist wie E dividet von 10, da gewisse Fehler die Spannung örtlich verstärken. Wir haben auch gezeigt, dass die Spannungen in der Nähe der Fehler genügend groß sind, um Atomenbindung aufzubrechen. Doch wir müssen auch aufzeigen, dass es für den Werkstoff energetisch gesehen interessant ist, den Riss in seinem Inneren auszubreiten, dass dies schlussendlich das Gleichgewicht wieder erstellen und seine innere Energie verringern wird. 1920 Atalan Griffiths ein Rissmodell aufgestellt, das von einem Werkstoff ausgeht, auf den eine Spannung Sigma wird und der an der Oberfläche einen Riss der Lange A aufweist. Wenn sich dieser Riss ausbreitet, entsteht ein Bereich, in dem die elastische Energie freigesetzt wird. Mit der Ausbreitung des Risses werden die Atombindungen im freigesetzten Bereich gelöst. Dadurch wird die elastische Energie der Federn freigesetzt. Wenn diese Energie größer ist als die für die Bildung der beiden Rissflächen notwendige Energie, ist es für den Werkstoff energetisch günstig, einen Riss zu bilden. Die freigesetzte elastische Energie hängt von Volumen des Bereichs und somit von Pi mal A Lange des Halbkreises mal Delta A Fläche des Halbrings mal E Dicke des Werkstoffs ab. Dieses Volumen wird mit der bekannten elastischen Energiedichte einer Feder oder eines Werkstoffs multipliziert, die gleich Sigma hoch 2 dividiert von 2E ist. PiA mal A mal DA mal E ist das Volumen. Diese Energie muss größer sein als die für die Bildung zweiter Rissflächen benötigte Energie, die zweimal so groß ist wie die entstandene Fläche. Die Oberfläche ist gleich 2 mal DA mal E mal Gamma, Energie zur Bildung einer Fläche. Gamma ist in Joule pro Quadratmeter. Wir können dies kurzen und erhalten dA mal E. Schlussendlich erhalten wir das folgende Bruchkriterium. Die Zahl 1,5 links ist nicht ganz korrekt, denn wir haben viele Näherungen gemacht. Mit einer korrekteren Formel und komplizierteren Berechtung erhalten wir ein Resultat ohne den Faktor 2. Das Kriterium lautet somit 2. Die Energie für die Rissbildung, hier Gamma, ist nicht unbedingt gleich der Energie für die Bildung einer Oberfläche. Bei Werkstoffen kann dies ein wenig komplizierter sein. Der Riss folgt vielleicht der Kongrenze usw. Wir schreiben somit diese Wurzel von 2 Gamma mal E mal E als K1c. Es handelt sich dabei um den kritischen Spannungsintensität-Faktor des Werkstoffs. Die Wurzel von Pi mal A ist geometrisch, die Länge des Risses mal den geometrischen Koeffizienten, der von der Art der Zugbeonspruchung abhängt, hier gleich zu 1. Sigma ist die Beonspruchung, oder Spannung, die auf den Werkstoff wirkt. Nun werden wir uns ein wenig mit diesem kritischen Spannungsintensität-Faktor K1c befassen. Das C steht für den Begriff kritisch-critical, d.h. den Grenzwert, der überschritten werden muss, damit ein Riss ansteht. Eins hängt von der Art der Beonspruchung ab. Man unterscheidet drei Rissöffnungsarten. 1. Die Rissöffnung senkrecht zur Rissfläche. 2. Die Langschscherung und 3. Die Querscherung. Um in einem Werkstoff einen Bruch zu erzeugen, muss eine Spannung Sigma auf einen Riss der Länge A wirken, so dass Sigma mal Würzel von Pi mal A größer ist als K1c. K1c ist ein stark mechanisches Kriterium, das direkt von der Beonspruchung abhängt. Manchmal wird ein anderes Kriterium bevorzugt und K1c wird geschrieben als Würzel aus E mal G, Zähigkeit in Joule pro Quadratmeter, die Rissbildungsenergie. Gamma gilt nur für Glas oder Werkstoffe, die sehr zerbrechlich sind. Wenn Körner vorhanden sind und der Risse entlang der Krangrenzen erfolgt, hat G einen ganz anderen Wert als Gamma. Wenn wir nun die Einheiten von K1c betrachten, sind diese ein wenig komplizierter als bei G. Wir werden Megapascal mal Quadratwürzel von Millimetern haben. Man muss aufpassen, dass manchmal wird K1c in Megapascal mal Quadratwürzel von Metern angegeben. Dann muss ein Proportionalitätsfaktor angewandt werden. Das heißt, es muss durch die Würzel von 1000 geteilt werden, um von Würzel von Millimetern zu Würzel von Metern zu gelangen. Wie vorher erwähnt, hat die Zähigkeit G einfache Einheiten, Kilojoule pro Quadratmeter, das heißt Energie pro Quadratmeter entstandener Fläche. Es ist interessant, die Zähigkeit in Funktion der Zugfestigkeit für verstehtene Werkstoffe zu untersuchen. Denn die Zähigkeit ist die Riesfestigkeit und RM die Festigkeit gegenüber der plastischen Verformung. Wir sehen hier, dass Metalle oft den besseren Kompromiss für diese beiden Parameter erzielen. Metallschäume sind natürlich weniger beständig. Kompositwerkstoffe, in braun, sind ziemlich beständig. Wir haben technische Keramikwerkstoffe, in gelb, und dann weniger beständige Werkstoffe wie herkömmliche Keramikwerkstoffe, Elastomere und Polymere. Die mechanische Effektigkeit kann mittels Zugversuchen einfach gemessen werden. KSC hingegen ist schwieriger zu messen. Es gibt mehrere Methoden, doch die einfachste werde ich Ihnen hier vorstellen. Den Sharpie Kerbeschlag, Biegeversur. Der Versur besteht darin, dass ein Pandelhammer auf die ungekerbte Rückseite der Probe trifft und sie dabei zerschlägt. Der Pandelhammer wird aus einer Öhe H1 losgelassen. Er zerschlägt die Probe und erreicht auf der anderen Seite eine Öhe H2. Ein anderes Unterschied zwischen diesen beiden Öhen kann die von Werkstoff absorbierte Energie und somit K1C berechnet werden. Diese Energie wird Kerbschlagenergie genannt. Sie ist gleich der Masse des Pandelshammer mal die Gravitationskonstant g mal den Höhenunterschied. Die Einheiten entsprechen einer Energie. Denn wir haben eine Masse multipliziert mit einer Beschleunigung, das heißt eine Kraft, mal eine Distanz. Dies entspricht Joule. Bei gewissen Verstoffen, zum Beispiel Metallen, stellt man je nach Temperatur einen Übergang von Duktyl zur Spröde fest. Die Kerbschlagenergie, CW, ist bei geringen Temperaturen klein und nimmt mit steigender Temperatur zu. Dies ist zum Beispiel der Fall für kubisch raumzentrierte Metalle. Die Übergangstemperatur kann auf verschiedene Arten definiert werden. Es kann zum Beispiel bestimmt werden, dass diese Temperatur einer Energie von 27 Joule entspricht. Bei kubisch flachenzentrierten Metallen treten keine solchen Übergänge auf. Die bei Ausstoff absorbierte Energie hängt von der kristallografischen Struktur und der plastischen Verformungsfähigkeit dieser Werkstoffe ab. Das heißt der Fähigkeit dieser Werkstoffe, Versetzungen zu enthalten und diese zu verschieben. Wie Sie wissen, gibt es in kubisch raumzentrierten Strukturen weniger Möglichkeiten, dass Versetzungen austreten. Es gibt weniger Ebenen und Gleichrichtungen als in kubisch flachen zentrierten Strukturen. Diese Gleichrichtungen und Ebenen müssen thermisch aktiviert werden. Bei geringen Temperaturen haben kubisch raumzentrierte Metalle eine schlechtere Schlagfestigkeit als flachenraumzentrierte. Dieser Unterschied ist auch auf dem Spannungsdehnungsdiagramm ersichtlich. Zum Beispiel bei minus 20 Grad, wo das kubisch raumzentrierte Metall sehr spröde ist. Wir werden sehen, dass beide Stellen natürlich denselben jüngsten Modulungen haben, aber die Verformbarkeit nicht dieselbe ist, die von der plastischen Verformung absorbiert Energie. Diese ist für kubisch raumzentrierte Metalle kleiner. Hier habe ich dieselbe Re für beide Werkstoffe geschrieben. Ich habe diese absorbierte Energie in Gelb eingezeichnet und sie wird in Funktion des Werkstoffs variieren. Hier links sehen Sie eine duktile Stahlprobe, die sich während der Zugversuche sehr stark verformt hat, und rechts eine spröde Probe, die eine weitaus geringere Verformung aufweist. Die Analyse des Spannungsdehnungsdiagramm lässt Rückschlüsse auf die Zusammenhänge zwischen der Kerbschlägenergie und KSC zu. Im ersten linearen Teil der Kurve haben wir die elastische Energie, d.h. wenn sich der Riffschrist ausbreitet wird, Energie freigesetzt. Was sie zurückhaltet, ist die plastische Verformung, die insbesondere beim Kerbschlägenergieversuch gemessen wird. Es handelt sich somit um die Festigkeit gegenüber der Rissöffnung. Dank dieses Vergleichs erkennen wir, dass Ställe mit hohen Elastizitätsgrenzen aber eine sehr geringe Verformbarkeit Risse viel schlechter absorbieren als die andere. Zunächst akut müllieren sie viel elastische Energie und anschließend weisen sie keine ausreichende Beständigkeit gegenüber der Rissbildung auf. Schlussendlich kann auch aufgezeigt werden, dass KSC mit der Kerbschlägenergie in Verbindung gebracht werden kann, z.B. mit dieser Formel. Die Formel sind unterschiedlich und hängen von Werkstoff ab. Diese Formel gilt für Stahl. Auch auf die Einheiten muss geachtet werden. In unserem Fall haben wir Megapascal pro Wurzel von Meter für KSC und Joule für die Kerbschlägenergie . Der Kerbschlägenversuch muss natürlich bei der Temperatur durchgeführt werden, bei der das Teil mit dem Riss verwendet wird. Wir sehen auch, dass KSC von der Dicke des Zeils abhängt. Dies ist auf die Verformung der Werkstoffe in Funktion ihrer Dicke zurückzuführen. Nehmen wir ein gekerbtes Teil mit einer Dicke B an. Ich habe den Verformungsbereich in rot eingezeichnet. Dieser Bereich wird aufgrund der planaren Spannung Verformung in der Nähe der Oberflachen größer sein und im Zentrum aufgrund der planaren Verformung eher klein. Wieso ist die Verformung in der Mitte des Teils planar? Weil dort die umgebende Masse die Verformung verhindert. Doch wie Sie im Kerbschlägenwiegeversuch gesehen haben, hängt die Rissfestigkeit von der Verformbarkeit des Teils ab. Ein sehr dickes Teil mit einem großen B hätte somit einen sehr großen Bereich mit einer planaren Verformung und die Verformung ist dort gering. Das heißt, es gibt nur wenig Energie, um die Ausbreitung eines Risses zu verhindern. Schlussendlich können wir KSC in Funktion der Dicke des Teils zeichnen. Für dicke Teile ist KSC ziemlich klein und für dünere Teile größer. Die Änderung der Steigung von KSC in Funktion der Dicke des Teils entspricht dem Übergang zwischen planarer Spannung und planarer Verformung. Vielen Dank, dass Sie dieses Video geschaut haben. Wie immer können Sie mir Ihre Kommentare per E-Mail schicken.